Dad, hältst du mich überhaupt für witzig? Ich will ehrlich sein, Rabbi Rudenstein find ich witziger. Echter Fall für Ha-Ha-Hanukkah. Was dich angeht, wenn du meine ehrliche Meinung hören willst, warst du immer... Äh... Und weiter? Ich war immer, äh... Exzellent? Dad? Zeig mir Nasennebel! Oh Gott, er ist tot! Und er hat es nie erlebt, dass ich erfolgreich bin! Ha-Ha-Ha-Ha!